Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Wetterupdate hier bei wetter.net am heutigen Mittwochabend. In der kommenden Nacht besteht Klettegefahr, denn es gibt wieder Nachtfrost. Und wir schauen uns auch an, wie geht es bis zum Wochenende weiter. Der Winter meldet sich stellenweise zurück, wo das genau der Fall sein könnte. Das schauen wir uns gleich in diesem Video an. Doch zunächst mal der Blick auf die kommende Nacht zum Donnerstag. Da wird es deutlich kühler als zuletzt. Die Temperaturen sinken auf plus zwei bis minus vier Grad am Alpenrand. Stellenweise fällt im Süden noch etwas Schnee. Vor allen Dingen im Stau der Alpen können noch mal ein paar Zentimeter runterkommen. Im Rest des Landes gibt es noch Wolkenfelder. Hier und da mit etwas Schnee, Regen oder Regen. Ja und bei Temperaturen um null Grad und vor allen Dingen verbreitet bei Bodenfrost besteht die Gefahr glatter Straßen. Deswegen morgen etwas mehr Zeit auf dem Weg zur Arbeit einplanen. Morgen, der Donnerstag, wird dann der freundlichste Tag der aktuellen Woche. Und das haben wir dem Hoch Alex zu verdanken. Das dehnt seine Fühler morgen bis zu uns nach Deutschland aus. Und deswegen gibt es morgen verbreitet einen recht schönen Tag mit viel Sonnenschein. Ab und zu ziehen im Norden, aber auch im Süden mal ein paar Wolkenfelder vorüber. Und es bleibt erstmal weitgehend trocken. Die Temperaturen, sie steigen maximal auf zwei bis sechs Grad. Wobei es die höheren Werte hier im Westen und im Nordwesten geben wird. Wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Nun, das ruhige Wetter ist schon wieder am Freitag vorbei. Dann ziehen neue Wolken heran. Die bringen besonders im Westen Regen und Schneeregen. Die Schneefallgrenze pendelt so um 300 bis 500 Meter. Insgesamt ein sehr nasskalter Tag. Die Temperaturen erreichen maximal 0 bis 5 Grad. Und auch der Samstag bringt zunächst viele Wolken. Im Norden auch ein bisschen Sonnenschein. Später ziehen hier aus Westen Wolken auf. Und die bringen dann Regen, Schnee, Regen und Schnee. Ja, und diese Regen- und Schneewolken, die breiten sich am Sonntag dann über die gesamte Westhälfte aus. Später auch in den Norden und in den Süden. Und die Schneefallgrenze liegt so um die 300 bis 400 Meter oberhalb. Da kommen schon einige Zentimeter Schnee runter. Fünf bis zehn Zentimeter können das hier in den westdeutschen Mittelgebirgen werden. Aber darunter ist es meist nur Schnee, Regen oder Regen. Ein ziemlicher Matsch. Und die Temperaturen steigen auch in den tiefen Lagen auf zwei bis sieben Grad. Aber nachts müssen wir immer wieder in allen Regionen mit leichtem Frost rechnen und eben auch mit Straßenglätte. Deswegen besonders vorsichtig sein. Bis zum Wochenende nachts eine erhöhte Klettegefahr. Das war es vom Kurzwetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Abend.